Vier und halb Stunden bis zur ersten Show mit Lord of the Lost. Piwi, wie geht es dir? Ich bin aufgeregt. Bis ich gestehen. Mit der ersten TV of the Lost Episode. Tschüss. Von der Eisheit die Nacht. Guten Tag, mein Name ist Kommissar Harms. Das ist mein Gehilfe Klaus Granat. Aber der ist halt frisch, der Lack. Mecker! Jo, Mecker! Wenn Sie hier mal reinschnüpfen, würde ich... Das war geil. Das ist Ander. Scheiße. Diese Fraufresse. Das hat die noch mal gemacht. Wie ich mich tue. Yo! I'm Chris Harms, and this is my buddy Klaus Grené. We're hangen. Pannfisch Grené. In unserem neuen Nightliner. Dann haben wir gekauft. Denkt, Mutter hat ausgelegt. Auf die Taschen zu dir. Danke. Was machst du? Welchen Song willst du? Okay, lass uns ein Spiel spielen. Ich setze eine Song. Und du musst dich kennenlernen, welchen. Okay. Das sieht aus wie 6 feet underground. Nein. Ich denke, was hat das mit dem Boden auf sich? Den Boden. Uns wurde gesagt, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, weil der hier neu lackiert wurde. Wenn gießen hinter gießen, 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 gießen nach. Ein bisschen ist hier aber auch mackig. Das sollten wir mal reklamieren, dass das nicht von uns ist. Also genau. Das waren wir jetzt nicht. Aber der ist halt frisch, der Lack. Also zum Glück schon getrocknet. Bei dir ist der Lack aber schon ab, ne? Sehr. Ja. Das ist alles hier? Mann. Wie gehst du mal nichts machen? Nee. Guten Tag, mein Name ist Kommissar Harms, das ist mein Gehilfe, Klaus Granat. Wir sind auf einer Mission, uns wurde nämlich ein Mordfall. Na? Komm, komm bitte mal mit. Du musst auch mit, oder? Klar. Polizei, wir sind beruflich hier, uns wurde ein Mordfall gemeldet. Wo ist denn die Leiche? Oh! Make-up! Ich halte aber das letzte Protokoll. Leiche ist vermutlich männlich. Männlich, ja. Auf dem Bauch liegend, abgetrennte Beine, in der Mitte des Oberschenkels, kurz über dem Knie. Oberschenkelfraktur. Abgetrennte Arme, kurz unter der Schulter, am Beginn des Oberarms. Man könnte von einem Tor so sprechen. Kopf vermutlich auch abgetrennt, ich schaue mal nach. Ich würde sagen, das Opfer ist am Boden der Tatsache. Ja, auf jeden Fall ist er am Boden zerstört. Ja, ich denke der Fall ist gelöst, der Mann ist tot. Ja, ihr müsst doch schon drauf gucken, weil das You Wanted You Can't Feel zu früh. Ja, ihr müsst doch schon drauf gucken, weil das You Wanted You Can't Feel zu früh. Diese Pullis gibt es jetzt für 40 Euro. Merch? Ich würde sagen, der Fall ist gelöst. Was ist das für ein Merchstand? Halt mich du raus! Benni, kannst du sie bitte rausnehmen, wer da reden war? Oh Gott, ich hab das gegessen! Vier und halb Stunden bis zur ersten Show mit Lord of the Lost. Pi, wie geht es dir? Ach, also ich muss sagen, ich bin aufgeregt. Das ich gestehe. Aber nicht so ein, ich bin total ängstlich aufgeregt, sondern so ein richtiges, ich freue mich aufgeregt. Was soll euch schon passieren, ne? Wovor, oder worauf ich echt keinen Bock hab, was echt gut passieren kann, mal, dass ein Gitarre ein Gurt reißt. Also nicht reißt, aber hier, ne? Abfällt. Welche Gitarre? Gibt's irgendwelche Highlights für dich, spielerisch, so, wo du sagst, darauf freust du dich besonders? Ähm, ja. Und zwar ist das einmal In Silence. Geiler Song, weil so richtig schiebende Ballade irgendwie. Und Fist Up in the Air, weil das einfach so mieses Geflickel ist. Da hab ich auch zu. Und? Hast du schon Schminken geübt? Äh, nö. Ja, nö. Ja, nö. Fünf. Fünf. Wir hatten gerade Soundcheck. Klaas, äh, wie war ich denn so? Du warst fantastisch. Ausbaufähig, aber fantastisch. Geason. 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 Danke schön Eason, es war großartig, geile Show bei euch, geiler Auftakt, ich denke Wir haben hier eine sehr erfolgreiche Auftaktschau auf unseres neuen Gitarristen, Pi Unglaublich, danke Viel Spaß So, und wie war? Das war richtig geil Was waren die Schwierigkeiten, gab es die Schwierigkeiten? Ja, ich habe einmal noch Tablet 2 gespielt, auf guter Technik Aber auch nicht für alles gut, wenn du was willst Und ansonsten, super geil Ansonsten warst du halt einfach gut, oder was? Also machst du morgen nochmal mit, oder? Ja, ich mach da auch nochmal mit, ich gucke mir das nochmal an Ja, schade Ja, das war's mit der ersten TV auf den Lost Episode von der Highzeitige Nacht Mehr ist eigentlich nicht für sie früh Ja, da auch her ist ja, das war's mit der ersten TV auf die erste TV auf die erste TV auf